Zum Thema Tracking Tools, ich nutze sie nicht persönlich für mich selbst, ehrliche Antwort, weil wir sind zu klein dafür. Aber ich habe einen Geschäftspartner und der fragt mich nahezu jede Woche, was machst du, wie machen wir dieses und jenes zusammen. Wir sind dort in einem Benchmark permanent und das ist wahrscheinlich noch effizienter. Würden das alle Unternehmen tun, bräuchten sie wahrscheinlich noch nicht mal unsere Tools.